So, herzlich willkommen zurück bei MyQuast! Ja, wie ihr die letzte Folge erfahren habt, bin ich in eine neue Höhle draufgestoßen und hab Lava hier reingetan. Und tu es wieder! Boah, dieses Hechtchen, ne? Lava? Nein! Nein! Es gibt aber sehr tief rote. Da, aber egal, ich brauch jetzt keine Lava. Schön, steckers herstellen. Schön, fleißig, schön die Scheiße, oh yeah, das ist doch geil. Oh, was, ich sehe. Ja. Wieso nicht? Oh. No, I fuck! Nein, es ist schlimm. Hier geht's hier und dann wieder hoch und dann wieder hier und dann ist hier in der Kasse hier. Ja, wie schön, dass ich nicht glaube, es heißt. Alles getrollt. Ich warte. Ist ja schön, wenn keiner weiß, wenn ich rupel. Scheiße, heiß. Scheiße, heiß. Du warst hier, war aber ganz tief. Alter, wie tief. Äh. die Lübe die Spitze zu gut so gut so gut 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 da wo das ganze Leben wer das nicht glaubt ist der Teil Scheiße alles klar aha wie Kelly gehen hier hier das hier und dafür das wie sie hier gegangen und hier war noch die Lava und bitte meine Schwester ist wieder meine Schwester ich mach gut den Cut es geht weiter ich hab gesagt sie wird nur sterben wenn sie nicht weil wenn sie auf mich hier hört ich will das Lava nicht weg machen weißt du das sieht toll aus wo weiß ich was fehlt eine Wärte ist Wasser da gibt es das da das ist doch mal schön oder wir können jetzt mal kurz so anhalten warte so können wir das jetzt anhalten oh der war jetzt wieder so geil ja okay jetzt hier auf hier auf hier auf hier auf hier auf oh god hier zu mir ja härter nein bitte ja okay mein Scherz weiter geht oh tut mir geil ja gibt es mir krieg ich Lava bitte das ist mir die beste Freude ich bin ich bin schlau ich bin schlau warte jetzt geht's rein Betrüger Betrüger das ist ganz große Abenteuer die politik das große Abenteuer über Lava okay 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 neul und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt wie auch für das passiert ist das passiert ist das passiert ist das passiert ist das passiert Bordeaux alter ich habe ich richtig ab hier ja ich habe es 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 okay das war ich habe es auch nicht ein er ich habe es riecht holen die duke die duke die duke die duke hey bleibt es da hey, dass du bist du freit das geht aber äh 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 das ist weg bitte 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 so Leute wir machen jetzt hier die verfickte Digger rein hier noch mal 1 hier noch mal 1 hier noch und jetzt da rein das ist jetzt alles rein ja immer schon richtig ja okay das war scheiße okay äh äh und jetzt kommt das große Spaß verbrannt jetzt geht das ganze zu weiter aber egal schieb das kleine Lava gleich wieder auf das ich wieso weiß auch nicht ich hab ja schon das gold ich bin als soziale Leute aber egal ich habe neue Höhle gefunden und Menge Eisen was ich eigentlich nicht mehr brauche machen ich bin da ich hab ich bin ganz verfürchtlichen Krieg ich werde ich die was vergessen da ist er wieder Jürgen Jürgen ist wieder der Weg die Uppel nicht gut nur die Stürmer was mache ich wieso und die zu ich kann weiter würde für deutlich ich wurde mich irgendwo durch und schon zu befertigen ich habe die andere Seite ich habe die andere Seite ich habe die andere Seite aber es gibt einen Sinn ich sagt nur jetzt hier ist Freiheit auch so wie es da wo bin ich denn und weißt du was das geile ist ich weiß ich mal wo ich will was ist zu Hause hör auf zu lecken Junge ich schwörs dir ich schwörs dir ja ich weiß ja ich weiß so tiefer hören IQ oh schuldig so bitte bitte Leute ich bin geil ich bin geil Leute ja ich hab's drauf ich hab's drauf hab ich das nicht drauf ja ich hab's drauf bin ich gut hier okay so viel gut so viel gut darf ich ein bisschen Lava haben bitte okay okay ich hab's hallo achso jetzt wird die ganze wieder hier leben jetzt hab ich keine Angst weil es war dunkler ja man es brennt lasst doch mal ein like da wer das nicht geil findet ja ja oh geil geht zu mir oh oh baby oh ja ja das erregt mich voll weißt du das jetzt kannst du noch so mal lassen Junge Alter 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 ja lass ich mir das mal kurz austoben ah Hilfe ich will noch was machen ey du Bitch ja ich nix dagegen für euch ne aber das ist eine asoziale sag ich nicht sag ich nicht sag ich nicht und jetzt what the fuck schnell fliehen 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 oh fuck oh fuck oh fuck oh genieße mir war den ganzen Spaß oh nein so arme Schaf oh alter alter wenn das kein Lava ist sehr komisch ist Lava sehr komisch bitte ich will euch aufheben okay 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 ja yoga ja ja das ist ein jungen jungen ich weiß 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 ich hoffe es wird nie aufzubrennen weißt du wo ich verließe alles klar oh darf ich dich jetzt mal nehmen hallo hallo ey das ist jetzt so unfair ey das ist so unfair ich will nur nur Lava guck mal der ist so groß genug was habt ihr eigentlich richtig komplexe ne richtige verfickte komplexe ich will nur schon nur aufhüben ey wenn ich jetzt ganz oben nehme verschlägt das alles wieder weißt du was geh verrecken Junge ich spiel weiter oder was in der Eimer was zu haben ich glaube ich hab das Gefühl ich bin fast zu Hause ich hab das Gefühl echt tschüss wo bist du wo bist du wo wenn ich mal zu Hause verlaupt ne bei sich mir ins Knie weil daran kann ich dich erinnern nirgendwo nirgendwo ja kein bock in die Welt zu leben hallo ich hab da so viel gold und jemanden wo bin ich gott verdammt alles klar ich will zu bei Lavi Lavi ist Lava ne ich wisse wo bist du wenn ich zu weit bin ich zu weit leider oder nein doch nein doch nein doch nein 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 kurze Fossen Leute im Beikauf kann man sich verlaufen wer hat sich schon mal verlaufen schreibt doch meinen Kommentaren und wer sich wieder gefördert guck mal ich sehe ich mal verwalten schon das brennende Haus äh brennende Wälder oh wie geil das hat mich wieder richtig geil angebracht ey ich bin kein Pädophiler ja Leute was ist das was ist das wieso wieso wie sonst ist das geleuchtet ey ich schneid's nicht jetzt geh ich mal runter ey man immer neuer Wälder äh das hat ihr auf ne das hat ihr auf hoffe hier gibt's hier Diamanten das weißt ich die ins Ei ey hier gibt's nix da wo Lava ist da wo Lava ist ist da ist auch Diamanten ne äh ne ne aber Eisen was mir sofort im Arsch vorbeigeht kann ich jetzt nur mein Kompass beider da versteckt sich doch ich hab vor die arschmessen ja das nehmen wir das ich lebe gerade 15 Minuten lang auf wir machen jetzt 20 Minuten sprechen hier das ist doch ganz einfach vergrößte dich ganz bestimmt bitte ich weiter schwer du bist unbeliebt du denkst du bist jetzt beliebt hast du dich geschnitten Alter habe ich will zu dem feuerwald junge ich bin kathien wo ich kenne die zahl 180 ich sehe es ich sehe es immer daran sich orientiert sagt mir nicht das hat aufgehört zu brennen schade über dich schade über deine familie ja das war mal der war ganz leichter das war mal richtig wieder da ist richtig da ist man die 5 5 und jetzt ich mache selbstgespräche ich war selbst gestrichen nur weil ich mit in kamera rede ja hier ist nichts mehr geblieben da heißt es ja das da da heißt es ja das da er weg zu bau die ich bin ja da fließt man ganz schön weiter runter aber ich habe bisschen welche gehört du mein Scherz ernsthaft solche komplexe mag ich nicht ich verschwinde steine alter das war nicht geil bitte nein nein verfickte jahr der fiktige leute wie kommt nach hause weil ich hier nicht aber ich bin damit ich bin sicher weil ich hier schon mal war hier war aber irgendwo beim start anfangen kopfhörer nervt leck 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 ich musste diese verschimmelte gräser wieder finden da bin ich wieder happy I am happy da ist man zu Hause es kommt so heftig bekannt vor richtig heftig richtig 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 ich wiederhole richtig heftig bekannt vor 8 0 8 0 ich wiederhole richtig heftig wie gesagt richtig heftig überall egal wo ich hingehe nur wenn ich mal kurz rum spazieren will sehe ich sofort höhle 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 ich bin bestört ja ok geht weiter leute ich hasse sowas ich will doch einfach nur nach hause und sofort sich neue höhle und verleute mich weiter ich bin so ein mensch wenn ich irgendwas sehe muss ich rein auf jeden preis ich bin erstmal alle weil jetzt denke ich noch weiter ne dann kennt ihr euch sag ich nichts ich hab wo ist das dunkel hier leute der geht mir auf den sack überall gibt es ein alter nicht im erz leck mich heftig im Arsch ja das ist unmöglich doch ist das ist möglich das ist betreut die Eise macht mich richtig an ey jetzt nix aus dem 4 noch mehr könnte es mal ein Diamanten werden und nicht eisen gibt es immer ultra viel eisen ne raten wir wie viel eisen ich schon habe ey das geht ja so auf den sack ah der flerweiler hat schon raten richtig ich hatte 130 diamante äh eisen das war übertrieben wie viel könnte ich jetzt haben 200 alter so viel finde ich nicht mal kreativ das heißt scherz ich könnte ich könnte überall nicht baut der ganze plattform könnte aus der warten werden alter was denke ich denn dabei leute ich habe keinen bock hier zu sein ich bin echt nach hause ich habe schon über 20 min du nein leute bitte ey bitte bitte lass mich raus lass mich raus lass mich raus bitte wo ist mein Allgatt wo ist mein Allgatt wo ist mein Allgatt wo ist mein Allgatt wo gehst nach hause bei der ja ja ich bin ganz nah ich bin ganz nah ja 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 da ist das auch sie ja weil ich etwas gesagt ich bin so geil drauf auf diesen Eisen wer schüttelt die Abadwerbe muss gleich von der schon wieder baut hä muss ich hier hoch sieht so aus ja 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 nicht aus ich denke aber ich bin happy wieso leuchtet das hier leute ich habe keinen bock mehr auf das spiel ich habe keinen bock und das noch leute wir sehen uns wieder ich mache jetzt noch mal eine folge und wir sehen uns in die nächste Folge tschau